So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Q-Birds. Das Spiel war auf der Spiel 2019 in Essen so ein kleiner Geheimtipp, so ein kleines Hype-Spiel. Das war super schnell ausverkauft, mag auch durchaus an diesem Artwork hier gelegen haben. Ist für zwei bis fünf Spieler, ab acht Jahren empfohlen, dauert so ungefähr 20 Minuten. Das hier ist das Spiel einmal aufgebaut. Man legt einfach vier Reihen mit jeweils drei Vögeln aus. Es müssen am Anfang immer unterschiedliche Vögel in jeder Reihe sein. Man bekommt am Anfang schon einen zufälligen Vogel als Startvogel in seine Sammlung. Und das Spiel ist zu Ende, sobald ein Spieler von zwei verschiedenen Vogelarten drei Karten ausgespielt hat. Oder insgesamt sieben verschiedene Vogelarten in seiner Sammlung hat. Und das ist von der Regel her eigentlich super, super einfach. Jeder Spieler bekommt am Spielbeginn acht Karten. Das sind jetzt die, die ich bekommen habe. Da habe ich hier schon mal zwei Eulen. Das ist natürlich gar nicht so schlecht. Bei den anderen Vogelarten habe ich teilweise auch gar keine Ahnung, welche das sind. Und ich möchte halt immer gleiche davon haben. Und zwar von denen, wo es wenig von gibt. Von den Eulen hier gibt es zum Beispiel nur zehn Stück. Mindestens drei. Dann darf ich einen davon auslegen. Das ist ein kleiner Schwarm. Oder vier. Dann ist es ein großer Schwarm. Dann dürfte ich sogar zwei davon auslegen. Dementsprechend hier die Vögel gibt es halt 20 Mal. Da brauche ich also schon sechs, damit ich einen ausspielen kann. Und neun, damit ich zwei ausspielen kann. Also schon fast immerhin die Hälfte davon. Und wenn ich jetzt dran bin, dann gucke ich erstmal hier in die Auslage. Weil da bekomme ich neue Vögel. Ich möchte gerne eine von diesen Eulen haben. Am liebsten hätte ich sogar gerne beide. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, okay, ich nehme jetzt alle Vögel einer Art. Zum Beispiel den hier. Genau, ob das eine Blaumeise sein soll. Und kann das jetzt einfach hier anlegen. Jetzt guckt man halt. Das ist meinetwegen eine Blaumeise. Das hier auch. Also umschließt diese Blaumeise andere Vögel. Und dann darf ich einfach, egal wie lang diese Reihe ist, alle Vögel nehmen, die dazwischen liegen. Also bekomme ich in dem Fall die beiden hier auf die Hand. Dann kann ich die hier zusammenschieben. Und dann wird einfach vom Kartenstapel so lange aufgedeckt, bis da halt ein anderer Vogel liegt. Das heißt, wenn jetzt noch eine Blaumeise hier hingelegt worden wäre, hätte ich einfach noch eine Karte gezogen. Noch eine. Und hier würden immer mehr Vögel liegen. Jetzt liegt da halt der Pelikan. Und ich kann mir jetzt überlegen, okay, möchte ich jetzt die drei hier schon ausspielen. Also einen davon. Und die anderen dann abwerfen. Oder warte ich lieber noch auf noch einen. Und aktuell sind meine Chancen, auch den zweiten zu bekommen, ja relativ hoch. Aber das war auch schon mein ganzer Zug. So, das wäre jetzt Daves Hand. Und Dave würde jetzt sagen, aha, hier wird vielleicht diese Tukane haben wollen. Und hier liegt ja einer. Er hat auch schon gesehen, dass ich eine Eule sammle. Also wäre jetzt ein taktisch cleverer Zug zu sagen, dass er hier, was auch immer das für ein Vogel sein soll, nimmt, dort hinlegt. Auch hier wird wieder was umschlossen. Also kann er jetzt diese beiden Vögel nehmen. Hat jetzt immerhin schon mal zwei von denen hier. Von denen brauche ich auch drei Stück. Und auch so eine Eule. Das ist natürlich ganz gut, weil dann kriege ich die jetzt nicht. Und dann wird auch das wieder zusammengerückt. Und da ist es auch egal, ob man jetzt rechts oder links anlegt. Man könnte es auch hier hinlegen. Jetzt hat man hier halt noch eine weitere Ente. Und das war jetzt auch schon sein ganzer Zug. Das heißt, dann wäre ich schon wieder dran. Und ich kann nur sagen, aha, so einen Pelikan hier würde ich auch sammeln. Ich lege vielleicht mal diesen Papageien hier hin. Bekomme dann auch die beiden Vögel. Nehme die einfach auf die Hand. Und dann habe ich dann auch hier noch zwei. Fülle das auch wieder auf. Legt da auch noch eine Eule hin. Das ist natürlich ganz gut für Dave, der ja auch immerhin schon eine Eule hat. Eigentlich auch nicht möchte, dass ich die bekomme. Aber das ist eben die Sache. Wenn er diese beiden Papageien haben will, müsste er da eine Eule hinlegen. Was natürlich schlecht wäre. Also man kann da durchaus auch schon irgendwelche taktischen Überlegungen machen. Und wenn er jetzt diesen Tukan hier haben will, dann müsste er jetzt natürlich alle Vögel einer Art auslegen. Das heißt, in dem Fall müsste er entweder so einen kleinen hier haben. Den hat er aber natürlich nicht mehr. Also müsste er jetzt die alle hier hinlegen. Würde dann den auf die Hand bekommen. Weil die, also das ist jetzt ja der umschlossene Vogel von dieser Art von Vögeln. Also bekommt er den. Legt die anderen hier hin. Und jetzt muss nicht neu aufgedeckt werden, weil hier noch ein anderer Vogel dieser Art liegt. Und er kann jetzt überlegen, ob er das schon aufspielen möchte oder nicht. Da könnt ihr uns einfach sagen, okay, hier guck mal. Ich habe einen kleinen Schwarm. Ich habe drei davon. Zeigt mir die. Dann spielt er einen hier aus. Jetzt hat er also schon mal zwei verschiedene und braucht nur noch fünf andere. Und die anderen kommen hier unten einfach auf den Ablagestapel. Und das war dann auch schon sein, ganzer Zug. Das heißt, jetzt bin ich wieder dran. Und könnte überlegen, okay, an diese Eule komme ich gerade erstmal nicht ran. Das ist natürlich ein bisschen doof. Vielleicht hier so eine Ente. Da brauche ich die kleinen Vögel für. Ja, schwierige Situation gerade. Was man auch. Also entweder könnte ich jetzt diesen Vogel hier anlegen. Dann dürfte ich mir die beiden nehmen. Das bringt mir aber gerade gar nicht so viel. Und die Chance, dass Dave sich irgendwie das hier holen kann, ist relativ hoch. Ich könnte also auch einfach sagen, komm, ich lege mal den Pelikan, der eigentlich relativ wertvoll ist. Davon gibt es nur sieben und zwei reichen schon, um den auszuspielen. Ich lege den mal hier hin. Und jetzt kann ich einfach, statt mich hier Karten zu nehmen, sagen, okay, ich möchte Karten nachziehen. Ich könnte auch darauf verzichten, weil eine Runde ist zu Ende, sobald ein Spieler keine Karten mehr hat. Und wenn der andere dann kurz davor ist, irgendwelche Sets voll zu bekommen, ist es natürlich ganz schön doof. Weil dann wird alle Karten abgeworfen. Die hier bleiben liegen. Und dann gibt es einfach acht neue Karten. Das heißt, ich könnte sagen, okay, ich nehme mal zwei Karten in der Hoffnung, dass die irgendwie gut sind. Ja, das sieht für mich auf jeden Fall schon mal nicht so schlecht aus. Und jetzt sieht Dave natürlich auch, dass ich hier eine große Hand habe. Er hat gar nicht mehr so viel hier rumliegen. Also kann er jetzt überlegen, ob er sich hier diese Pageien holt, indem er den dorthin legt. Ob er sich diesen Pelikan holt, indem er das dorthin legt. Oder aber einfach sagt, ich lege mal vielleicht die Eule hier hin, weil da kann sich Ben bestimmt nicht holen. Sonst hätte er das schon getan. Ziehe keine zwei Karten nach. Nächstes Mal, wenn er dran ist, kann er einfach die beiden Karten abspielen. Und dann ist Ende. Also würde ich jetzt wieder schauen, was ich machen kann. Die Eule da ist natürlich super reizvoll. Und irgendwie habe ich auch noch so einen Vogel auf der Hand. Ich weiß gar nicht, ob das legal ist. Ob der vielleicht einfach irgendwo untergerutscht ist. Aber ich glaube, das hat Dave auch gemacht. Also ich könnte jetzt sagen, okay, den Vogel, das sind noch alle, die ich davon habe. Ich könnte jetzt überlegen, ob ich ihn hier hinlege, um nur diesen Vogel zu nehmen. Oder ihn da hinten hinzulegen, um halt die alle zu nehmen. Das wären halt zwei, vier, fünf. Ich habe davon noch zwei auf der Hand. Während sieben da gleich Ende ist, sage ich mal lieber, ich nehme einfach den hier. Weil jetzt habe ich vier Stück davon. Und dann sage ich, hier kommt mal lieber Dave, ich habe vier. Ich brauche vier für einen großen Schwarm. Leg die jetzt hier aus. Und natürlich kann ich auch parallel an beiden arbeiten. Ich kann versuchen, sieben verschiedene zu haben. Oder zwischendurch halt, wenn ich so einen kompletten Schwarm auf die Hand bekomme, halt so ein Set zu vervollständigen. Ich bräuchte jetzt also nur noch eine Eule. Hätte ich schon einmal drei von einer Vogelart. Das bräuchte ich halt noch ein zweites Mal. Dann hätte ich auch die Partie gewonnen. Die kommen jetzt weg. Das war mein ganzer Zug. Und Dave könnte jetzt einfach sagen, ach, weißt du was, Ben? Ich lege die vielleicht mal hier hin. Das ist auch taktisch eigentlich gar nicht so unkleber. Weil jetzt ist die Runde zu Ende. Also müssen alle anderen Spieler ihre Karten abwerfen. Das dann in der Mitte bleibt zu liegen. Und jetzt bekommt jeder Spieler wieder acht neue Karten auf die Hand. Und da Dave die Runde beendet hat, ist er auch der Spieler, der die Karten austeilen muss. Dafür auch der Spieler, der anfangen darf. Und er kann sich jetzt überlegen, was er gerne hier haben möchte. Er hat leider kein Pel... Ne, Pel... Ich sage immer zu den Flamingos Pelikan. Also er hat leider kein Flamingo gezogen. Und dann hätte er sich hier nämlich einfach mal vier von diesen Blaumeisen abholen können. Was ganz gut gewesen wäre. Er hätte gleich eine aufspielen können. Also muss er jetzt überlegen, was er machen möchte. Er hat ja die hier... Er hätte ja gerne... Guck mal, da hat er jetzt schon zwei von auf der Hand. Also es kann tatsächlich sein, dass man die Karten bekommt. Und dann sagt, oh, guck mal hier, ich kann irgendwie zufällig drei Pelikane aufspielen. Und hat dann die Runde auch relativ schnell beendet. Einfach, weil man durch Zufall hier coole Karten bekommen hat. Das ist so ein kleines Manko an dem Spiel. Er würde jetzt wahrscheinlich einfach sagen, komm, weißt du was, ich spiele die mal hier. Das heißt, er bekommt automatisch die hier. Die gucken zwar alle unterschiedliche Richtungen. Sind aber alles die gleichen. Und davon hat er jetzt ja, ne, zwei, vier, fünf. Mit dem hier sechs. Also kann er sagen, guck mal Ben hier. Ich habe jetzt sechs verschiedene davon. Also schmeißt er alle bis auf einen ab. Legt den dann auch hier hin. Und jetzt hat er schon mal drei unterschiedliche Vögel. Braucht also nur noch vier. Und dann dürfte ich jetzt meinen ersten Zug machen. Gucken, was ich so an Karten bekommen habe. Hier muss jetzt natürlich noch was Neues hingelegt werden. Weil er nur gleich, aha, da ist der nächste Flamingo. Mal gucken, ob ich mir davon dann holen kann. Ja, für mich wären die drei Vögel dieser Art auch ganz gut gewesen. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich lege den hier hin. Dann bekomme ich halt auch die, die dazwischen liegen auf die Hand. Kann damit jetzt noch relativ wenig anfangen. Ja, hoffe jetzt natürlich, dass Dave nicht so eine Blaumeise auf der Hand hat. Ich selbst kann auch gerade noch nichts aufspielen. Ich bräuchte halt noch eine so eine Eule, um die aufspielen zu können. Was ganz gut wäre, hätte ich da schon drei. Und noch so ein Flamingo. Eigentlich gerade optimal. Aber dafür müsste mir Dave die Vögel da hinlegen, die ich brauche. Oder zumindest den hier liegen lassen. Das wäre auch schon. Und den hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Ich bin mal gespannt, was ich jetzt so bekomme. Also ist Dave da dran. Das hat wie gesagt noch sehr kurzweilig, das Spiel natürlich. Und Dave kann jetzt sich im Prinzip entweder hier mit dem Vogel die Ente holen. Er kann sich da ein Flamingo holen. Er könnte hier noch, vielleicht auch nicht so gut. Er legt einfach mal hier einen hin, um sich auch diesen Flamingo zu holen. Da wissen wir schon mal, okay, wir haben einen Kampf um Flamingos. Jetzt wird doch einfach weiter aufgedeckt, bis etwas anderes kommt. Das heißt, ich schaue mal. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann lege ich hier einfach ein Ente hin. Dann bekomme ich 2, 4, 5. Habe hier noch einen sechsten Vogel dieser Art. Also kann ich den auch einfach hier aufspielen. Die anderen kommen auf den Ablagestapel. Jetzt habe ich auch schon mal 3 verschiedene Vögel. Die hier werden wieder zusammengeschoben. Hier wird wieder etwas Neues aufgedeckt. Aha. Ja, und dann darf Dave. Also die Züge sind meistens relativ kurz. Man muss da selten viel nachdenken. Dave hat hier immer schon mal eine Ente. Können Sie einfach sagen, komm, er holt sich mal das Ding hier. Nimmt dann die 3 auf die Hand. Und jetzt könnte auch schon fast Sinn machen, für ihn abgleich einfach Karten nachzuziehen. In der Hoffnung, so einen oder so einen Vogel nachzuziehen. Aber erst mal gucken, was hier so passiert. Aha. Ja, eben auch wieder eine Ente. Also überlege ich, was ist schlau für mich. Ich hätte ja echt gern den hier. Den würde ich jetzt ja hier auch bekommen, indem ich den da hinlege. Dann nehme ich den hier auf die Hand. Jetzt habe ich schon 2 davon. Da kann ich jetzt überlegen, ob ich das aufspielen möchte oder nicht. Es besteht natürlich immer die Gefahr, dass Dave spontan Ende macht. Wobei er gerade noch relativ viele Karten auf der Hand hat. Na, hier ist jetzt noch so ein Vogel. Das ist eine lukrative Reihe auf jeden Fall. Da wurde nicht so super gut gemischt. Jetzt ist dann noch ein Papagei. Und Dave hat ja die Papageien auf der Hand. Da kann er jetzt überlegen, was er gerne machen möchte. Er könnte jetzt sagen, okay, er spielt hier 3 Papageien hin. Nimmt sich dann hier 2, 4, 6, 8. Sogar ein mehr. Aber er muss dann halt auch alle Vorzeigen, die er davon hat. Auch die von seiner Hand, die dazugehören. Das heißt, die Reihe hier, die werden dann da herangeschoben. Der wird dort herangeschoben. Hier kommt ein neuer Vogel hin. Und dann kann er hiervon jetzt eben auch 2 ausspielen. Legt die hier. Das ist alles platztechnisch ein bisschen schwierig. In seine Sammlung hat er jetzt schon 4 verschiedene. Von dem schon 2. Und die hier kommen alle auf den Ablagestapel. Die Runden dauern auch gerade relativ lang. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt hier quasi für 2 Personen spiele. Und ich muss jetzt zusehen, dass ich irgendwie vielleicht die Runde schnell zu Ende bekomme. Noch so ein Pelikan werde ich wahrscheinlich nicht bekommen. 2 Eulen möchte ich eigentlich auch nicht auslegen. Aber komm, ich lege einfach mal die 3 hier oben zum Beispiel an. Und ziehe jetzt mal 2 Karten vom Nachziehstapel. Und habe leider Pech. Nicht das bekommen, was ich wollte. Ich hätte nämlich auch gerne noch so ein Pelikan oder noch so eine Eule gehabt. Wäre eigentlich beides ganz gut. Ich könnte jetzt aber prophylaktisch sagen, bevor Dave gleich Schluss macht. Komm hier, ich habe 2 Pelikan. Das kann ich immer einmal im Abzug machen. Wenn ich mehrere Sets habe, darf ich trotzdem nur 1 Schwarm aufspielen. Also hier, 2 Pelikan, äh, Flamingos. Hier, jetzt habe ich immer, jetzt brauche ich noch jeweils von beiden ein. Dann habe ich das Ding gewonnen. Das wäre so nicht schlecht. Aber ich habe schon einige Partien gespielt und ganz selten gewonnen. Ja, und hier liegt jetzt für Dave überhaupt gefühlt nichts Passendes aus. Also legt er einfach mal den hier hin. Zieht dann auch 2 Karten nach. Hat er leider ein bisschen Pech gehabt. Vielleicht hätte er auch einfach nicht nachziehen sollen. Das wäre in der Situation wahrscheinlich besser gewesen. So eine Eule liegt da. Hätte ich natürlich ganz gerne. Komme ich jetzt gerade nicht ran. Ich könnte mir so eine Ente holen. Komm, ich lege doch einfach mal den hier hin. Natürlich lege ich den hier hin und nicht da hin. Weil wenn Dave noch eine Ente auf der Hand haben sollte, könnte er sich jetzt natürlich dann alle 5 holen. Wobei, das hätte er gerade eben schon gemacht. Ich würde auch nicht nachziehen wollen, weil, gefühlt läuft das gerade nicht so gut für mich. Und dann, ja, denkt sich Dave, okay, Ben macht sicher die Runde zu Ende. Dann lege ich hier mal noch so ein Flamingo hin. Und siehe da, tada, hat geklappt. Jetzt hat man 3 davon, einen kleinen Schwarm. Also kommen 2 weg. Einer hier hin. Er hat auch deutlich weniger Karten auf der Hand. Und dann kann ich halt sagen, weißt du was, ich lege mal den hier hin. Ziehe auch keine nach. Hoffe einfach, dass die Runde schnell zu Ende geht. Und Dave überlegt jetzt, hm, kann er noch irgendwie irgendwas machen. Irgendwas fertig aufspielen. Tatsächlich kann er das. Er hat jetzt hier eine Ente nachgezogen. Hat noch einen davon auf der Hand. Also hat er 2, 4, 5. Also darf er einen aufspielen. Und schmeißt die restlichen auf den Ablagestapel. Die hier werden zusammengeschoben. Und hier wird ein neuer hingelegt. Hm, auch wieder so einer. Und dann sage ich einfach, ach komm, weißt du was, ich lege mal die hier hin. Ich habe keine Karten mehr. Das heißt, Dave muss seine restlichen Karten auch abspielen. Und dann würde das Ganze eben einfach so weitergehen. Das heißt, ne, jetzt würden wieder die Karten ausgeteilt werden. Man spielt einfach so viele Runden, bis ein Spieler die Endbedingungen erreicht hat. Das müssen jetzt 8, 8 sein. Und Dave hat ja schon 2, 4, 5. Und auch von denen hier jeweils 2. Ich habe das Ding angefangen. Also jetzt nur einmal hier gucken. Was auch immer so der Zufall natürlich mit einem macht. Weil jetzt sehen wir hier, ich habe einfach zufällig schon mal 3 Enden auf der Hand. Also muss ich nur gucken, kriege ich irgendwo noch weitere Enden. Bevorzugt natürlich nochmal 3. Hier liegen gerade so viele Enden aus. Die Chance, das zu bekommen, ist relativ hoch. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich lege den mal hier hin. Dann würde ich halt alles nehmen, was dazwischen liegt. Also 3 von denen, womit ich jetzt auch schon mal 4 hätte. Und da liegen nicht so viele von aus. Die werden dann da zusammengeschoben. Ich bekomme noch die beiden Enden auf die Hand. Und da würde ich jetzt auch einfach nochmal überlegen. Okay, ein bisschen Spannung. Das sind jetzt 2, 4, 5 Enden. Kann ich überhaupt noch eine andere bekommen? Ich habe keinen Papageien. Das heißt, das würde nicht klappen. Ich habe auch keine von diesen Blaumeisen. Ich habe keine Eule. An die komme ich auch schlecht ran. Hier habe ich so einen kleinen Vogel. Und so einen Flamingo. Wären also eigentlich beide ganz gut für mich. Aber schauen wir mal kurz. Also ich höre auch gleich auf mit dem Erklären. Weil ich glaube, ihr habt es verstanden. Tatsächlich haben wir jetzt auch Glück, dass wir hier nicht so krasse Extremfälle haben. Für Dave wäre wahrscheinlich gerade am besten, sich die Eulen hier zu holen. Er legt einfach hier eine Karte hin. Ich hoffe, das ist noch im Bild. Dann muss er auch tatsächlich alle nehmen. Er kann nicht sagen, er verzichtet auf die. Schiebt die dann zusammen. Legt hier eine neue Karte vom Nachziehstapel hin. Und jetzt hat er ja 3 Eulen. Und kann sagen, hier guck Ben. Ich habe insgesamt 4 Eulen. Also kommen 2 davon auf den Ablagestapel. Der hier auch eigentlich immer noch liegen müsste. Ich glaube, ich habe den gerade reingemischt oder so. Das ist natürlich super galant. Also hat er jetzt, wir legen das mal hier oben drüber. Schon mal 2, 4, 6 verschiedene Vögel. Er braucht also nur noch eine Vogelart, die er nicht hat. Mal gucken, ob wir da diese Runde noch dran kommen. Aber erstmal ist das natürlich ganz gut für mich. Weil ich kann jetzt das hier ausspielen. Die beiden. Dann darf ich mir die beiden hier nehmen. Was natürlich echt mega fett für mich ist. Weil jetzt kann ich sagen, hier guck mal. Obwohl, hier ist es eigentlich fast egal. Hier kann ich jetzt einfach sagen, guck. Ich habe 2 von diesen Flamingos. Also kommt einer weg. Der andere kommt hier hin. Sprich, jetzt habe ich davon von einem Vogel schon mal 3. Ich brauche jetzt noch eine Eule. Dann habe ich die Partie doch noch gewonnen. Also sind gerade beide kurz vor dem Gewinn. Erfahrungsgemäß verliere ich solche Partien. Aber trotzdem immer erhebe ich jetzt 2, 4, 6 von. Aber ich darf nur einen Schwarm ausspielen pro Runde. Also muss ich jetzt erstmal abwarten, was Dave macht. Ja, Dave könnte natürlich darauf hoffen, so ein Flamingo nachzuziehen. Aber er hat tatsächlich schon... Es sind schon relativ viele Flamingos aus dem Spiel raus. Hier sind jetzt auch nicht so die Vögel, die er zwingend braucht. Also könnte er versuchen, einfach schnell die Runde zu beenden. Und würde sagen, komm, ich lege hier einfach 2 hin. Ziehe nicht nach. Das ist natürlich eine riskante Strategie gerade. Weil er einfach darauf hofft, dass ich nicht irgendwie noch an Eulen rankomme. Und ich würde sagen, okay, guck mal hier. Ich habe 6 Enden. Davon spiele ich auch dann mal 2 aus. Ich hoffe, das ist noch alles im Bild. Leg die anderen ab. Und ja, dann könnte ich jetzt einfach sagen, komm. Hier, ich lege mal einfach die 4 noch hier an. Oder ich lege sie vielleicht eher hier an. Dann habe ich keine Handkarten mehr. Und dann ist die Runde zu Ende. Dann muss auch Dave alle seine Karten auf den Ablagestapel tun. Und jetzt wird halt die nächste Runde losgehen. Das ist ja hoffentlich auch für euch ein bisschen spannend. Ich persönlich bin jetzt gespannt, ob das jetzt einfach so ein Zufallsding ist, wer gewinnt. Wie es irgendwie gefühlt relativ oft ist. Ich fange jetzt an. Gucke mir meine Handkarten an. Sehe, okay, ich habe eine Eule. Natürlich liegt hier keine weitere Eule aus. Ich habe 4 verschiedene Vögel. Ich bräuchte halt auch eine Ente. Enten liegen hier natürlich. Das heißt, da könnte ich jetzt ankommen. Ich lege mal die 3 hier an. Nehme mir dann diese beiden Enten. Dave weiß natürlich nicht, wie viele ich jetzt schon auf der Hand habe. Er weiß aber, er braucht auf jeden Fall irgendwie die Enten. Oder muss irgendwie selbst den Vogel aufspielen, mit dem er gewinnt. Mal gucken, ob das jetzt einfach so die Starthand ergibt. Er bräuchte zum Beispiel auch Enten, weil er hat noch keine Enten. Also kann er sagen, ach, alles easy. Komm mal hier, ich spiele die beiden aus. Nehme die beiden auf die Hand. Habe dann 4 Enten. Davon kann ich eine ausspielen. Und die andere kommt auf einen Ablagestapel. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unterschiedliche Vögel. Und er hat die Partie gewonnen. So, das war einmal eine komplette 2-Spieler-Partie Q-Birds. Man kann das halt mit bis zu 5 Leuten spielen. Da besteht natürlich noch eher die Gefahr, dass einfach jemand passende Karten hat. Irgendwie einmal oder zweimal dran ist und dann alle seine Karten abwirft. Und die andere Leute, die halt versuchen, irgendwas zu sammeln in der Runde. Dann einfach sagen, na, irgendwie doof. Und vielleicht auch durch das Sammeln irgendwo lange Reihen schon mal hingelegt haben. Und dann, ne, hier würde ich jetzt nochmal auflegen und so. Weil natürlich der Spieler, der beendet hat, weil der nächste Runde wieder eine krasse Auswahl an Karten hat. Und einfach gucken kann, hm, was passt ganz gut. Auf jeden Fall auch schon stark im Vorteil. Es ist von den Regeln her super, super einfach. Einfach immer alle Vögel einer Art, die ich habe, irgendwo anlegen. Je nachdem, ob ich dann was umschließe. Alle Vögel nehmen, Karten nachziehen oder passen. Wenn keiner mehr Karten hat, dann Runde zu Ende. Wenn ich, ne, zweimal drei gleiche Vögel habe oder insgesamt sieben verschiedene, egal wie viel davon jeweils, ist die Partie rum. Und das ist eigentlich auch schon das ganze Spiel. Also es erfüllt so die typischen Kriterien eines Füllerspiels, eines Absackerspiels, dass man eben mit 20 Minuten nochmal schnell runterspielen kann. Wir haben das gestern ein paar Mal schnell runtergespielt. Wir haben, glaube ich, sieben oder acht oder neun Partien gespielt. Ich habe nämlich gesagt, okay, komm, wir spielen das jetzt mal. Es kam mir dann so ein bisschen, ja, okay, irgendwie verloren, komm, nochmal. Zack, und dann irgendwie, komm, nochmal. Und dann habe ich halt drei Partien in Folge verloren, aber jetzt gefühlt, ohne irgendwie groß was falsch gemacht zu haben. Und ich habe gesagt, komm, wir spielen das jetzt, bis ich eine Partie gewinne. Ja, irgendwann war es nachts um eins, halb zwei. Und ich habe gesagt, komm, ich gebe einfach auf. Ich habe keine einzige Partie gewonnen. Da ist jetzt natürlich ein bisschen die Frage. Auch bei Board Game Week haben einige Leute gesagt, das Ding ist ein komplettes Glücksfest, weil es einfach nur immer auf die Karten ankommt, die man da so bekommt. Natürlich muss man dann schon so ein bisschen gucken, was man das ablegt. Das ist nicht total banal, aber es wird sehr viel durch die Anfangshand tatsächlich entschieden. Und da könnte man natürlich sagen, okay, wenn das wirklich so zufällig und luck-based ist, warum hast du dann acht Mal am Stück verloren? Warum hast du dann nicht auch einfach mal ein bisschen gewonnen? Das hätte es sich ja ein bisschen ausgleichen müssen. Vielleicht kann ich das Spiel auch einfach nur nicht. Das ist absolut möglich. Ich habe gefühlt schon alles gegeben, irgendwie immer aufs falsche Pferd gesetzt. Mal versucht auf die... Aber es war immer so, dass mein Mitspieler immer sagte, oh, es tut mir schon fast ein bisschen leid. Aber guck mal, ich kann das und das und das machen. Zack, Runde zu Ende. Ich habe hier nochmal drei neue Vögel ausgespielt. Toll, wenn ich gerade mal irgendwie ein oder zwei ausgespielt hatte. Und ja, ich glaube auch gerade nach diesen acht... Es müssen um die acht verlorenen Partien gewesen sein. Ich glaube, wenn ich da jetzt noch irgendwie eine gewonnen hätte, dann wäre es so eine Lösung gewesen von wegen, okay, ich habe jetzt nur eine gewonnen. Aber es hätte jetzt nichts damit zu tun gehabt, dass ich irgendwie besser gespielt hätte, das Spiel mehr durchschaut hätte, sondern wäre einfach Zufall gewesen, dass ich die besseren Karten nachgezogen hätte. Das Spiel besticht natürlich absolut durch sein Artwork. Da werden sich jetzt auch sicher einige Experten die Frage stellen, lieber Q-Birds oder lieber Flügelschlag? Die beiden großen Spiele mit dem Thema Vögel im Jahr 2019. Das hier besticht natürlich durch sein Artwork. Hier sieht das ja alles sehr gut, so originalgetreu aus. Hier hat man halt so ein bisschen diese kubischen Formen überall. Ich glaube deswegen eben, weil es halt so dieses durchaus ansprechende Artwork hatte und halt in einer kleinen Schachtel war und dementsprechend wahrscheinlich auch nicht viel gekostet hat. In der Spieleburg kostet das auch deutlich unter 20 Euro. War das wahrscheinlich relativ schnell weg. Ist eben auch schnell gespielt, schnell erklärt. Ob das jetzt was für euch ist oder nicht, könnt ihr, glaube ich, nach dem Video entscheiden. Ich habe jetzt insgesamt zehn Partien davon auf dem Buckel, habe jetzt das Video dazu gemacht, habe es halt auch ein paar Mal live gespielt. Das Live-Video könnt ihr euch auch angucken. Es ist also durchaus unterhaltsam. Vor allen Dingen haben wir, glaube ich, auch zwischendurch, wir haben das schon mal direkt nach Essen gespielt, also Anfang, ich glaube, am 1. November. Und da war ich völlig übermüdet und ja, war sehr ironisch und zynisch beim Spielen, aber durchaus auch eine, wie ich finde, positive Anweise. Und wir saßen hier und ich fand das Spiel irgendwie so mäßig gut. Und da haben wir uns ein Video anguckt, wo wir live das Spiel gespielt haben, wo ich das Spiel mäßig gut fand. Das hat ja schon einen gewissen Humor, weil einfach vieles von dem, was ich an dem Anfang gesagt habe, taucht dann in dem Video auch wieder auf. Also das war echt so eine ganz witzige Meta-Ebene. Aber wie gesagt, an sich ist es halt ein einfaches Spiel, ein super zugängliches Spiel. Das Spiel könnt ihr auch mit Leuten spielen, die sagen, ah, Spielregeln sind nicht so meins. Das hat man wirklich super schnell verstanden. Bei mir wird es wahrscheinlich eher nicht wieder auf den Tisch landen, aber ich meine, zehn Partien ist schon eine Zahl, das schaffen viele andere Spiele nicht. Liegt eben auch daran, dass es zu kurz ist. Und ja, dann wisst ihr jetzt hoffentlich, ob das für euch ist, ob das vielleicht für euch so als Familienspiel ganz gut geeignet wäre. Das kann ich mir durchaus schon vorstellen. Also ich glaube, wie gesagt, auch mit meinem kleinen Neffen, das ist ab acht Jahren empfohlen, man muss hier nur gleiche Vögel sammeln. Ich glaube, das könntet ihr auch jetzt schon. Der wird dieses Jahr sechs und spielt schon relativ viel. Müsste man mal mit ihm ausprobieren, wenn er auch sowas Lust hat. Aber ich glaube, da geht das auf jeden Fall. Und ja, das war es dann von mir. Wenn ihr das Spiel auch schon zu Hause habt und schon gespielt habt, dann schreibt mir gerne mal, was eure Erfahrungen damit waren, ob ihr das vielleicht ganz anders erlebt habt als ich. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert gerne den Kanal. Und das war es dann von mir. Bis bald und tschüss. Bis bald und tschüss. Bis bald und tschüss. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018